Wer ist Unge? Unge, bürgerlich Simon Wiefels, ist einer der größten deutschen YouTuber. Auf seinem Kanal ungespielt, streamt er regelmäßig und ladet Reaction Videos hoch. Aber wie kam es dazu? Unge wurde am 31. August 1990 in Erklenz bei Mönchengladbach geboren. Dort wuchs er mit seinem Bruder, seiner Schwester und seiner Mutter auf. 2011 begann er den Kanal unschwer, der sich um Dreadlocks und Longboards drehte. Das war der Anfang seiner glorreichen YouTube-Karriere, zu der wir später kommen werden. 2013 schloss er seine Ausbildung als Erzieher ab, um daraufhin in einer Einrichtung für geistig behinderte Menschen zu arbeiten. Dort hielt er sich allerdings nicht lange auf. Anfang 2014 zog er nach Köln. So, jetzt wird's verdammt kompliziert. Gehen wir mal durch, was er wann auf welchen Kanälen gemacht hat. Wie bereits erwähnt, startete er 2011 den Kanal unschwer. Für jeden, der sich für Themen wie Dreadlocks, gedehnte Ohren oder Longboarding interessiert, ist unschwer die ideale Adresse auf YouTube. Bester Beweis sind 1260 Abonnenten, über 144.953 Videoaufrufe und etliche Likes, die von einer stattlichen Fanbase zeugen. 2012 erstellte er dann den Kanal Unproblematisch, auf dem er über einen Monat vegane Rezepte vorstellte. Aloha, 40 Tage vegan ist vorüber. Im Juli 2012 startete Unge dann mit dem Kanal Ungespielt durch, auf dem anfangs nur Let's Blaze hauptsächlich Minecraft kamen. 2013 gründete er den Kanal Ungefilmt, auf dem bis Ende 2014 Vlogs kamen. Dieser ersetzte unschwer. Ende 2014 schloss Unge die Kanäle Ungefilmt und Ungespielt, um dem Vertrag mit seinem Netzwerk zu entgehen. Zeitgleich erstellte er einen neuen Kanal namens Unge, der von da an sein alleiniger Hauptkanal war. 2016 kehrte er auf seinen Gaming Kanal zurück, reaktivierte den Kanal Ungefilmt kurz für kurze Handyvideos und beendete schließlich den Kanal Unge. Dafür eröffnete er 2018 den Kanal Neugelebt, um seine Auswanderung von Hamburg nach Madeira zu dokumentieren. Mitte 2019 beendete er diesen wieder. Derzeit ist der Kanal Ungespielt der einzige YouTube Kanal, für den er regelmäßig Content erstellt. Dort kommen hauptsächlich Reaction und Gaming Videos. Er wurde von geschätzt 2,4 Millionen Menschen abonniert. Kontroversen Wie bereits erwähnt, verließ Unge sein Netzwerk 2014 nicht im Guten. Er war der Auffassung, dass Mediakraft ihn nicht ausreichend unterstützte und nach Uneinigkeiten und Drohungen seitens Mediakraft verließ er das Netzwerk, indem er alle seine verpartnerten Kanäle aufgab. 2018 veröffentlichte Unge ein Video, dass Milch ist Gift, Kanada streicht Milch aus der Ernährungspyramide hieß. In diesem behauptete er Milch sei Gift, belegte diese Behauptung allerdings nicht. Das brachte eine große Diskussion hervor, die es sogar ins Fernsehen schaffte. Später relativierte er diese Aussage teils. Besondere Projekte Die Longboard Tour Im September 2014 fuhr Unge mit Felix von der Laden, Cheng und Julian Bam von Sylt quer durch Deutschland nach Schloss Neuschwanstein. Die Weltreise 2015 Mitte April 2015 startete sie in Los Angeles. Wurde später aber immer häufiger unterbrochen und kam mittlerweile ganz zum Erliegen. Minecraft Waro Minecraft Waro war ein Minecraft Großprojekt, das vielleicht größte, das wie die Hunger Games aufgebaut war. Es fand halbjährlich statt, dabei mussten etwa 15 Zweierteams versuchen, am längsten auf einer abgegrenzten Map zu überleben. Jedes Team konnte 15 Minuten am Tag aufnehmen. Minecraft Zuro Minecraft Zuro ist ähnlich aufgebaut, allerdings sind hier alle Spieler gleichzeitig eine Stunde am Tag online und die Zuschauer können das Projekt live verfolgen. Kein Plan, ob euch das Video gefallen hat, ich habe mir gedacht, ich probiere mal was Neues. Schreibt mir gerne in die Kommentare, über wie ich das nächste Video machen soll oder was ich falsch gemacht habe oder wie es euch gefallen hat. Ciao! Maronen